Willkommen zurück, wir fahren Ausdauer S2 Ausdauer, ja 5 Minuten rein Oh, was nehm ich da, was nehm ich da Den nehm ich nicht, ich nehm den Schaut zuvor wie scheiße Ich bin der letzte So, was ich jetzt schon Ich bin der letzte Leute, ich mach jetzt mal so Ich fahr in diesem Rennen Ich rede jetzt mal gar nichts Ich tue diese 5 Minuten Werde mal nix von mir hören Ich werde mal nicht sprechen Mal schau wie ich dann fahre Machen wir jetzt mal einen Test Vielleicht fahr ich dann besser Also nicht wundern, dass ihr nichts hört Aber ich werde jetzt mal nichts sagen Ja 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 Das war's für heute. 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 Ja, okay. So, okay. So, okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. So, okay. So, okay. So, okay. Leute, es ist vorbei, Leute, es ist vorbei, ja, ich kann's mit dem Ding nicht, ich kann's mit dem S4 einfach nicht, boah, ich hab einen Schluck, scheiße, ich kann's S4 einfach nicht, S4 scheiße, egal ob das Drift ist, egal ob das Checkpoint ist oder Rennen, scheißegal, ich kann's einfach nicht, ich kann das einfach nicht, ja. Oh, das ist schon immer, ich bin, ich habe einen Knacht-Land. Oh, du bist so auch schon, ich habe zu Beichleid, ich habe einen Knack-Land, ich habe einen Knack-Land mit einen Knack-Land. Ich bin so auch ein Knack-Land-Land. Gott. Das ist eine Aufricht hier. Das ist eine Aufrichtung. Das ist eine Aufrichtung. Das war's, bis zum nächsten Mal nicht vergessen, mit dem Video immer kommentieren, teilen und mich abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.